Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2, Skuller of the First Sin. Weiter geht's! So, hier hin? Welches Geschoss muss ich? Da vielleicht? Aber auch nur vielleicht? So, hier bin ich. So, hier bin ich. Ich bin Eimerlich. Dann habe ich das. So, hier bin ich auch. So, hier bin ich. Not so gut. Ich bin Merci. Ich bin originellt. Das ist eine sehr, was ich? Was ist da drin? Ach das. Aua. Geh mal weg. Au. Komm mal da weg. Könnte ich mal da durch? Ja, er geht weg. Vernehmen. Au. Heilung. 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 Eine Kiste Der hätte mich eben einmal Fast zweimal Runtergekickt Titeln den Brocken Yay Dreiein Stück sogar Kann ich wieder ein paar Waffen stecken So hier ist nichts Oh nein Hier muss ich ja nicht unbedingt hin Wie viele von den Den habe ich denn schon Sechs von zwölf Wo sind die letzten Eins weiß ich Vier weiß ich auch Aber wo ist der sechste Da muss ich wieder überlegen Wo war der Wo war der letzte Ich kann mich nicht mehr erinnern Wo der war Das ist dämlich Ist nicht zu wissen Ich zähle gerade mal nach Im Kopf Wo sie waren Eins Zwei Zwei Vier Fünf. Sechs. Sieben. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war. Der letzte davon ist. Finden werde ich sie. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo. Hm. Hm. Es ist ein bisschen gut, wenn man eins vergisst, wo eine, eine der, die letzte ist. Es ist, es ist ja die letzte. Wo zur Hölle war die? Normal. Heißt, sie zu suchen wird lustig. Oder ich muss es nachgoogeln. Moment, ach ne. Eine kriegt man auch so. Hm. So war das. Aua. Oh, ich hätte vielleicht mich hier echt ein bisschen heilen sollen. Hallo, Kiste. Backstab. Hey, hat man hinterlassen. Backstab. 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 Das war's. Das hat mir fast das Leben gekostet. In dem göttlichen Segen. Partisane plus sechs. Hallo du! Nimm einfach ein bisschen Zauber. Nimm das. Der letzter Schlag ist einfach. Und hier heißt es jetzt durchrennen. Renn um dein Leben. Was war das für ein Move? Wobei hier noch eine Kiste ist. Öffne sie schnell. Nein! Okay. Einmal gestorben. Für die Kiste. Ich hätte nochmal ausweichen sollen. Damit ich nochmal richtig mich heilen kann. Okay. Ach ja. Ich bin ja wieder hier oben. Nein! Springe nicht daneben! Ich renne in den Tod. Das war der dämlichste Tod, den ich je hatte. In diesem Let's Play. Hätte er mich telefonieren können. Aber nein! Ich muss in den Tod rennen. Aua! Moment! Das war eigentlich jetzt so ziemlich schwachsinn. Weil... Ich mache jetzt mal ein... Ich habe gerade so beschlossen, diesen Part etwas kürzer zu machen. Das, was ich jetzt eben gemacht habe, war alles Quatsch. Das, was ich jetzt eben gemacht habe, war alles Quatsch. Zumindest habe ich die untere Kiste schon mal geholt. So, dass ich da nicht mehr hin muss. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part. Und ich würde sagen, hier habe ich jetzt einen Cut.